So, ob wir mal jetzt was reißen können. Ich hoffe, dass... Wo bin ich denn jetzt? Oh, ne. Warte, Paz, weil ich bin mal rein. Wie ändert man nochmal die Sicht in einem Fahrzeug? Ich hole mir jetzt hier so einen kleinen Strandflitzer. Da vorne, Sascha, versuch. Hier, fahr du mal. Ja, steck doch mal ein jetzt hier. Ach so, ja super. Will ich wirklich mit dir fahren? Ja, willst du. Mit der beste Fahrer überhaupt. Also schießen kann ich nicht, aber fahren. Äh, hier, bleib mal fliegen. Überfahren wir hier. Jawoll, jawoll. Schieß doch mal. So, jetzt auch mal. Ah, hier. Äh, super, ich bin grad tot aus dem Auto rausgefallen. Wow. Einmal mit Profis hier. Vielleicht hätten wir einfach schießen sollen, anstatt drüber fahren. Tipp. Du sollst ja auch schießen, Alter. Ja, du bist mit 300 auf die Los gefahren. Natürlich. Von nischt kommt nischt. So, komm mal. Weiter. Ja, 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 ja. Ich bin jetzt quasi an dir dran. Ja, guck mal, nicht zu nah ran, ja. Ihr könnt hier mit dem Chef mitkommen. Also, da vorne ist es hier und du gehst da jetzt hin und ich guck dir von hinten zu. Alles klar, machen wir das so. Jetzt von hinten gibt's kein Boot. Gehst da jetzt hin und du dich hier. Äh, ich glaub, ich geh mal links dran vorbei. Nicht schießen von dem Boot. Du solltest natürlich schauen, dass du nicht genau auf der Straße läufst. Ja, 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 das, das hab ich grad geändert. Ja, ja, ja. Wir sind bei A. Drei Stück, vier Stück. Einer ist beim Bagger. Der will wahrscheinlich so ein bisschen in den Baggersee starten. Ja, ja, ja. Kann nicht sein. Ich geh da mal zu A, ne? Ich komm dann so circa hinter dir, ne? Nein, du gehst natürlich nicht zu A. Das hört doch der Gegner, dass du zu A gehst. Du musst sagen, du gehst zu B. Und das ist unser geheimer Code. Nein, was? Äh, da, äh, äh, äh. Ich geh zu B. Jetzt müssen wir aber verkehrte Welt machen. Du gehst jetzt wirklich zu B. Ich seh mich da mit einem blöden Techlight, Junge. Onkel Gun. Boah, wer hat sie? Komm hier, komm. Nein, nein, nein. Oh nein. Auf geht's, Grieche, komm. Los, Sascha, los, los. Wir kommen nicht wirklich weiter, oder? Ja, Onkel Gun, hockt da in seinem Auto, in dem Auto drin. Ich schieße einfach. Was ist hier eigentlich für eine Trage? Ich hab die Leute. Oh, oh. So. Ja. Ich bin jetzt in deinem Panzer. Sascha, ja. Ich schieße jetzt einfach mal nach vorne hin. Dahinten ist auch ein Panzer übrigens rechts, ne? Ja, da sollst du ja auch drauf schießen. Ja, ich, ich, du schießt doch, ich fahr doch. Du kannst aber deine, deine Primärwaffe bedienen. Weg, 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 weg. Ich hab ne Primärwaffe? Hier, guck mal, hier links. Normal, normal schon. Guck mal, na hier, da. Na super. Oh, jetzt steig ich aus. Nein. Boah, der kommt da gerade aus dem, aus dem Wasser raus. Ah, Mann, ey. Nein. Boah, der kommt da gerade aus dem Wasser raus. Wo ist denn der Inspire? Ach so, der Inspire. Ach, der ist ja schlecht. Kannst du nur Kills bis jetzt, ja? Kannst du nur Kills bis jetzt? Inspired, Alter, ey. Das ist so ein Spiel, der aber ehrlich ist. Nee, der ist dritter, ja? Der ist total schlecht heute. Ja, aber er hat die Bombe entschärft und hat zwei Stücke Kills schon wieder. Also, okay. Gibt's nicht, also im, im One-on-One verliere ich hier. Nicht nur im One-on-One. Im One-on-One verliere ich hier. Nicht nur im One-on-One. Ich brauche mal alle bei mir. Ich brauche mal alle bei mir. Ich brauche mal einen aufrasender Reporter. Ich finde, wenn wir schon verlieren, dann können wir es auch wenigstens lustig machen. Ey, da schießt der da hinten auf mich drauf, oder was? Soll ich irgendwo hinfahren, Dennis? Fahr mal Richtung Weg. Ey, ich habe einen bekommen. Oh, huhu. Oh, ne, kommt kein nützlicher Panzer. Pass auf. Ja, super. Noch einer. Hm, der Key Trakers. Ich würde vorschlagen, den Panzer nicht in den Lackrampen zu gehen. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Nein, ich bin tot! Mann, nützlicher! Ja, Ziggy, ja, Ziggy! Aber ich habe das Fahrzeug nicht gemacht. Das schon. Und ein paar Kills kassiert. Ja, war recht fünf lang. Immerhin, immerhin, immerhin. Hier, nach links! Komm, den holen wir uns. Den holen wir uns. Ey, das ist... Okay, okay, okay. Das... Das... Nein, nein, nein! Ja, zieg du, komm, zieg du. Alter, woher, woher, woher? So, jetzt geht's los. Äh, sag mal, haben wir den Key Trakers nicht gerade getötet? Woher, woher, woher? Der hat immer noch 11-0. Achso, jetzt hat er 11-1. Ah, der Onkel Gunn kam von... Sollte mehr auf die Mini-Map achten. Ich plötz hier mal die Bombe. Was hältst du von der Taktik, einfach hier rumzuschleichen? Ich plötz hier mal die Bombe. Ey, werden die Bombe gelegt. Raus, 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 raus. Oh, scheiße. Hab ich das gesagt? Boah, das gibt's doch nicht. Schau mal, ne. Alter Schwede, ey, dieses Inspired, ne? Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen. Guck dir mal die Key Trakers an. Der ist nicht besser im Moment. Boah, da haben wir geschafft. Und hier reißt das jetzt noch. Ist noch weg. Bin dafür, wir schleichen jetzt hier so in einer Reihe. Es ist gut, dass ihr hier schön alle erklärt, wie wir jetzt vorgehen. Keine Taktik, Sascha. Fahr, 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 fahr. Nix fahr. Fahr nicht. Bin ich am Fahren. Alter. Ja, ich bin, er hat eine Sekunde im Auto, ne? Auto. Oh Gott. Auto. Der Panzer, in den ich einsteigen wollte, der war schon ziemlich kaputt. Ey, huhu, Onkel Gun getötet. Ja. Oh, ich hab jetzt beiert. Kriegst du jetzt eine Urkunde? Packt euch B, packt euch B, kommt. Jo. Alle nach B. Wir finden, Tag. Gemeinsam. Gott, ist das schlecht. Gemeinsam, Aktion. Hinter dir, hinter dir. Dennis, bist du das? Na super. Ne, ich bin tot. Ich bin runtergerutscht, bin ein Stück Scheiße. Was hast du gesagt, Sascha? Markieren. Ja. Kuh, bitte. Das werde ich noch machen. Ach, Mann. Alter, Inspired. Oh, nein. Ich werf dem gleich einen Stein an den Kopf. Oh, Mann. Alter, echt peinlich. Alle zum Riechen. Ich werf dem gleich einen Kopf. Oh, ja, Hunger hätte ich jetzt auch. Ich bin auf das Bildchen warten. Ich bin echt dann von der linken Seite aus rankieren. Dann bist du spawned. Nur welche links und welche rechts. Rechts. Nicht alleine links. Ich will das sagen. Los, 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 los. Ich will das sagen. Mann, 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 Mann. Ach, erzähl mir doch keinen vom Pferd, Alter. Machst du das? Der ganz links? Ich hab's erwischt, denn Spide hat mich wieder gekillt. Na fuck. Sorry. Und dann ist er schon dreimal gestorben. Ganzes dreimal. Ach, komm. Ist, ist okay. Um rechts. Um rechts. Na super. Keytrackers. Wiper. Um rechts. Na super. Keytrackers. Wiper. Wiper kann damit fliegen? Ich? Ich? So. Nee, ist ein bisschen sparsamer damit umgehen. Geh nochmal in so einen komischen Panzer rein. Der ist ja immer noch so far kaputt. So, jetzt. Ah, ich hab meinen Flitzer wieder. Alter. Kann ich hier mal preparieren? So, jetzt schlitzen sie mich. Oh, ich werd hier von hinten beschossen. Haus, 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 haus. Äh, ich komm in zwei Sekunden zu dir in diesen Buggy rein, aber nur wenn du ordentlich wärst. Echt? Und lass mir die Möglichkeit, meine Waffe auszuprobieren. Und ich, das ist ja... Nein, du steckst es erst mal aus. Ich hab den mal hier taktisch klug gepaart. Ja, super. Äh, fährt hier hier voll ins Wasser. Immerhin bei unseren Kumpels. Oh, und hier am Panther. Na, ich bin ja auch... Ich bin ja Medi. Alter, man, 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 man. Mir fällt nichts mehr ein. Ich wollte Pionier sein. Oh, dann hab ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Die sind übrigens alle links. Falls das einen interessiert. Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Ich treff' in drei Scharfschützen. Wunderschön. Boah, juhu, Onkel Gun. Nein. Los, du, los, los. Ja. Wir werden doch jetzt wohl diesen scheiß B-Fuck noch gehören. Onkel Guns Hütte. Kriegen hier gar nichts hin, hab ich das Gefühl. Doch, Arsch, Quatsch. Das Einzige, was wir hinbekommen, ist, dass der Yuga irgendwie... Ach, wo ist jetzt hier, da vorne wird geschossen? ...dass der Yuga die Autos schrottet. Ach, Quatsch. Das war geplant, ne? Wir werden wieder, 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 wieder ganz machen. Hier, will mal einer mit mir fahren? Nein. Nee, das ist ja kein Führerschein. Doch. Für ein Fahrrad, oder was? Ja. Für mein, äh, großer Fahrrad. Du, jetzt schnapp ich mir erstmal unserem Panzer, der hier schon seit Geschlagenen 10 Minuten vor sich hinpiept und mach den erstmal wieder ganz. Lass uns aber nicht direkt übers Kriegsgebiet fliegen, Dennis. Ich weiß. Ähm, ich komm, ich versuch nochmal bei dir reinzukommen, aber ich hab irgendwie keine... Naja. Ach so. Keinen Gleitfil dabei. Keine Chance. Oh mein Gott, Mann. Schieß, Yuga. Hier, das kommt bestimmt. Schieß. Raus jetzt hier, die Karre piept doch schon. Nein. Der geht's noch gut. Ich bin rausgestiegen und gestorben. Dann haben wir jetzt so die Kugel reingerammt, da wird's auch mal noch dran spielen. Rausgestorben, Alter. Komm schon, Krips, leg das Ding hin. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wo, 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 wo. Wo? Raus, 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 raus. Und Bs gelegt. Jawohl, jawohl. Wieso denn selbst, ich bin einen Meter in den Boden reingefallen, weil... Boah, ich mein, mein Sondan ist so eine Pussy. Warte. Oh, nein. Oh nein. Schade, ich lade. Ich kann nicht, nee. Schnell. Lass mich sporten, lass mich sporten. Ja. Lies doch korps, aber sonst fehlt das auch was, ne? Ja, ich wollte... Toll war doch nicht so rum. Radma, wir parken jetzt hier erst mal. Ja, super. Ja, vielen Dank. Ich versuche hier gerade mein Traumhaus zu bauen. Ihr macht das hier ständig alles kaputt. Vielleicht sollten wir erst im City spielen. Kann man hier auch craften? Nein. Ich hab meine Schaufel dabei und ich hab Kohle. Ich bin ganz ehrlich, ich hab schon die Hoffnung aufgeben, dass wir überhaupt eine Runde gewinnen. Das ist unmöglich. Wir sind auch in unserem Freitsteam. Ihr macht das. Ich kriege aber auch rechter den Gegner, muss ich sagen. Nein! Ich fängst mir das Team einfach. Deswegen, lass uns doch das Runde hier noch ein bisschen lustig über die Bühne bringen. Haha, ich bin gestoppt. Dann hat das Ganze noch einen Unterhaltungswert. Das ist doch immer lustig. Töne. Wenn der Yuga mal wieder Guckuck ins Gesicht kriegt. Aber, haha, klar lacht die Welt. Oh, der Tobi ist erst, ey. Ach, Panzer! Alter! Raus! Raus! Nee. Ach, puh! Panzer! Ja. Nein. Das ist krass, den Einzelnen, den ich krieg, das ist der Onkel Gunn. Sonst gar keinen. Natürlich, er messert mich mitten im Kampfgebiet, Alter. Sehr vorne, ich hab jetzt hier irgendwie die Punkte bei der Weifahr. Boah, ich hab echt manchmal so... Aaaaaaah! Maaan! Kennt ihr das, wenn ihr euch aber nur ausziehen wollt und wir schreien durch die Straßenlauf? Maaan! Ja! Luca. Ja! Ja! Das ist ein Land, wo das erlaubt ist. Ja! 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 Land, wo das erlaubt ist. Mach dich weiter zum Abspringen! Jo! Ja! Komm, ich leg nochmal jetzt hier! Spring ab! Spring ab! Ja, ich... Ja, ich... Ich hab gesprungen! Ja! Ja! Super! Keytrackers! Du hast dich selbst eliminiert! Super! Ey! Keytrackers! Nein! Nein! Links vor Speedwake Island! Ey! Juhu! Ich erbrenne in meinem eigenen Auto! Ja, das ist besser so wahrscheinlich! Und du bist stolz drauf! Ich erbrenne in meinem eigenen Auto! Ja! Ja, also besser so wahrscheinlich! Und du bist stolz drauf! Ja! Ja! Pff! Also hiermit möchte ich das Event Ende Mai dann auch absagen, bitte! Ja! Da überlegen wir uns was! Ich bräuchte hier entschützen! Ja, ich bin drin! Ja, ver... Verkleide dich einfach! Wow, 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 wow! Ich hab ihn, Tobi! Geh, geh, Tobi! Renn mal, komm! Ja! Ja, ich mach! Weg, weg! Gelegt! Ja, ich bin dabei! Schieß! Ja, ich mach! T4? Ich muss erstmal nachladen! Hier! Na, ich bin tot! Da lebt er entschärft einer, Dennis! Ja! Vorsicht! Was entschärfen die unsere Bomben? Ah! Gibt's die Fahrzeuge? Die wird entschärft einer, Dennis! Was entschärft einer, Dennis? Was entschärft einer, Dennis? Was entschärft einer, Dennis? Ja! Ich glaub der Dennis hat einen neuen Freund! Ja! Ich glaub er auch! WIPER! Was ist eigentlich, wenn ich mit der WIPER auf den Punkt schieß? Nein! Geht der dann kaputt? Nein! Wie sieht's eigentlich aus im Chat? Was sagen die Leute? Ich hab ihn wohl angeschossen! Wie lange werd ich, ich werde dir noch zocken? So, bis 17 Uhr, ne? Bis jeder einmal den, ähm, inspired getötet hat! Und dann können wir ne Uhr kommen! Und dann können wir ne Uhr kommen! Spring raus, spring raus, spring raus! Ja, die Leute freuen sich übrigens, wenn das noch öfters gemacht wird, also auch wenn es spontan kommt und so. Und nicht mit WIPER! Genau! Die würden sich das nochmal antun! Oh! Natürlich immer mit Battlefield! Hallo! Wir werden hier von EA gesponsert! Natürlich spielen wir immer Battlefield! Immer Battlefield! Was ist denn dieses Call of Duty? Also ich wär ja noch ein bisschen tiefer! Ja! Tiefer! Ich bin doch mal lustig! Jo! Komm Dennis, lass mich noch mal aus! Okay, du bist ja sauber worden! Dürfen wir eigentlich auch campen? Nein! Nur wenn, nur wenn du deinen mobilen Griff dabei hast! Ich wollte grad mein Zelt und mein Grill hier auffahren! Leute, wir haben da B auf! Könnt ihr mal bitte da hinlaufen? Ja! Wir haben hier den ganzen Spawn erstmal aufgeräumt! Ich bin hier gerade nicht am Strand lang, um zu B zu kommen! Ach du! Ach so! Dann bist du das nicht vor mir! Ja, genau! So Tobi, raus 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 raus! Bin ich bei dir leider! Tobi! Lasch da raus, komm! Tobi! Ja! Ich steig bitte erst aus, wenn ich mir sage! Okay! Hier, guck mal hier! Ja, zack! Oh, da hier! Da links! Da links! Komm! Jolte hoch mit der Pumpe! Hoch mit der Pumpe! Da kommt ein Panzer vor dich! Oho! Wie ist es aus? Wie ist es aus? Wir lenken den Panzer ab! Links kommen die alle! Komm, jaget hoch! Komm! Los! Los! Äh! Hm! Komm, wir haben's! Jawoll! Yes! Hey! Oh! Okay! Oh ne, da geh ich nicht rein! Nein! Da geh ich nicht rein! Darf ich mal sagen, dass ich mit meiner Strandaktion da schön durchkämpfen konnte? Unsere Heli-Aktion hat ja alles freigemacht, Junge! Das war Teamwork! Dann kam der Fußdruck! Das geilste hier! Er lässt den Panzer stehen! Das stimmt! Dann sollten wir am besten setzen! Ey! Super! Los Leute! Weiter, weiter, weiter! Nicht so viel Zeit verschwenden hier! Wir liegen da unten! Der Sascha ist das! Sascha nicht hinlegen! Komm! Ach! Aber ich will jetzt... Nein! Du kriegst jetzt mich! Hey! Ich will auch ein... Boah! Endlich sieht man mal hier eine andere Landschaft! Ich hatte schon... Oh! Nein! Ach! Tobato! Oh, der liegt dann auf der Brücke! Bleib am Leben! Ja, das bin ich auch! Cool! Danke, Tobi! Hast du... Hast du einen Stein bei mir im Brett? Okay, ich bin wieder tot! Ja, im Brett! Warte, ich komme! Nein! Du kriegst dann... Du kriegst dann ein Eis spendiert beim... Äh... Dann nicht! Ah! Ich war fast bei A! Ja! Ich wollte gerade runterspringen! Bin auf dem Brückengeländer leider gestorben! Pass auf! Bei A kämmt einer! Ja! Ich wollte gerade runterspringen! Bin auf dem Brückengeländer... Ich hätte gerne einen guten Viper-Schützen! Ja, ich komme jetzt! Ich komme jetzt ein! Lieg! Lieg! Let's go! Oho! Will ich hier mitfahren? Nein! Ich glaube hier! Nein! Zwieg! Ne! Ach! Blobi nebenbei ist keiner! Tunguska! Boah! Wieviel hält der denn aus? Doch! Ich kann... Jetzt habe ich den Panzerman visiert! Tunguska! Boah! Wieviel hält der denn aus? Jetzt! Yes! Ja, nee... Das ist schon klar alter, 93R oder was? Ich wollte den verkaufen. Warum bist du schon weg? Ah scheiße, ja weil ich wollte den Panzer mit C4 holen. Sehr gut, wo ist der? Sascha, Sascha, ich komm. Weiter, 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 direkt zum nächsten. Hier wird scharf geschossen. Bleib bei A und halt das im Blick. Wo ist der? Ach da! Nein! Panzer kommt, Panzer kommt. Zu A, zu A, zu A. Schnell. Nein, ich bin tot bei A, der hat mich besser. Nein, verdammt. Jawoll! Hier, komm mal, hier, 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 komm mal. Nein, zu spät, ach Mist. Sorry. Woher wusste der, dass ich da stehe? Der kann durch die Wand gucken, ganz ehrlich. Na klar. Ich? Ne, den ispired. Ich kann das auch, du, nicht? Sascha. Das ist ne Grundvoraussetzung, um hier mitspielen zu können. Tobi hat den Röntgenblick. Gynäkologe, weißt du? Hahahaha. Vorsicht! Hol euch Warnet wieder hier. Ah, super. Aber danke für den Versuch. Hol euch Warnet wieder hier. Alter, der... Ohhhhhhh. Er steht mit der Swipe auf dem Berg. So Leute, benutzt ihr auch genug Granaten jetzt? Ja. Nur quasi. Sehr gut. Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. Ich hab A geplantet! Mit Granaten Weitwurf, los. Oh, Dennis, ich komm! Oh, Dennis, ich komme! Ohhhhhhh. 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 Nein, 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 nein. Wir gehen einen, äh, mit dem Panzer hochklang auf mich. Ja, zu B, zu B, zu B. Wobei der Panzer jetzt nicht kaputt ist. Kein Wunder, dass wir verlieren. Kein Wunder, dass wir verlieren. B, B, B. Ich bin Inspired! Ja! Wipe out! Geh weg! Jawoll! Nee, nee, der kommt, äh, hier, der Inspired den Chef. Mann, ich will auch mal Inspired töten. Oh, Dennis. Komm weiter. Ja, wir haben einen Wisch. Bitte? Nein! Wir müssen uns halten, wir müssen uns halten, Leute. Okay, wir spielen im nächsten Runde den Panzer. Ja. Ja, nur noch Rush. Okay, wir spielen im nächsten Runde auch wieder. So, ich hab jetzt die Dao. Das ist eher ein Gau. Das würde ich nicht hier nehmen. Egal. Ich hab jetzt die Dao. Dann ist der Panzer. Ja. Ja. Oh, es sind sogar zwei. Egal. Cool, ich hab ein lebendes Schutzschild vor mir. Das finde ich gut. Bleib mal so. Ah, fuck! Gebrochen? Ah, Leute. 135 Tickets. Komm, da packen wir was schon viel härter. Ja, jetzt sind es 134 Tickets. Ich wo wiederbelebt? Aber ich glaube, das bringt nichts, ne? Wo, wo, wo? Ich seh überhaupt... Hallo? Richtig. Oh, da unten... Aua, 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 aua. Ich mag gar nichts. Wo ist der? Ich weiß es, ich weiß gar nichts. Naja, ich bin tot. Oh, aua, 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 aua. Naja, ich bin tot. Wer auch immer da oben auf dem Berg ist. Der hat mich grad gekinnt. Was schreiben die Leute denn in den Chat? Was, äh, wir, äh, eine gute Community sind. Das stimmt. Ja, oder haben. Das stimmt. Wir haben die beste Community. Die beste. Und warum sie voll fertig? Juhu! Können uns doch nicht mögen. Das glaub ich nicht. Das glaub ich nicht. Juhu! Können uns doch nicht mögen. Das glaub ich nicht. Oh, da steht ein Panzer. Chris, da steht. Ich komme. Helft dir. Ja. Oder verirg mich, falls du das kannst. Äh, ich. Ich bin... Ihr Pioneer. Los geht's! Und reparieren! Mann! Immerhin noch ein paar bekommen. Ich hab's kaputt repariert. Never touch a running fist. Herr Röhrig! Ich glaub ich hab mich vermessen. Herr Röhrig! Ich glaub ich hab mich vermessen. Boah! Leute, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch wünscht, dass wir mal öfter solche Sachen machen. Und, äh, ob ihr euch bewerben würdet. Ja, das würd mich mal freuen. Ob ihr die Aktion cool findet und, äh, bitte nur faire Player. Die Schlecher sind unter 700 Stunden, bitte. Und ganz kurz auch, ihr braucht, äh, uns jetzt nicht mehr Nachrichten schicken, was ihr gerne mitspielen wollt. Genau. Also zumindest nicht auf der Facebook-Seite, weil die würden nämlich ganz überschwemmt. Ja, jeder will hier dabei sein, natürlich. War schon der Panzer, der Panzer, der Panzer. Das würd ich ja Sascha aber... Das würd ich ja Sascha aber... Das würd ich ja Sascha aber... Das ist gut. Nicht zu nah runter bitte, Alter! Raus, 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 raus! Nein! So, ich kämpf mich jetzt hier gerade wacker zu A vor, bin auch fast da. Genau, genau. Du sprichst für uns beide quasi. Ich werde schon geschossen, ich rette mich ins Haus. Rette dich, Yuga! Ah! Ah, ich geh zuerst mal kämpfen! Ah, ich geh zuerst mal kämpfen! Nein, ich hatte Wischung. Nee, du lebst noch, ne? Ich lebe noch, aber ich tue das nicht. Na, links, links, links am Strand ist noch einer. Von A. Ist der oder Panzer? Weiter, 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 hier lang, hier lang. Hier sind noch welche, passt auf. Dobi, bleib hier, bleib hier. Ja genau, check du den, äh... Oben, oben, da kommt einer runtergeflogen mit dem Fallschirm. Was? Was? Richtig, wie war der denn gerade? Oh, das ist ein Panzer, rechts ist ein Panzer, rechts ist ein Panzer. Was?